Hallo, wir sind der Werkstattdorf Ölspur bei Aussehen Marienthal und wir bedanken uns bei den Umwelkenden für die Nominierung für die Coldwater Challenge. Wir trinken jetzt noch ein Bierchen und dann fahren wir in die Natur zum Planschen, nicht in die ganzen Weicheier irgendwo in den Pool springen. Das geht nicht so schnell. Scheiße, ich kann nicht laufen mit dem Herrn. Ja Männer, jetzt geht's los, ne? All right! Eins, zwei, drei, Wasser! Die Segel sind gesetzt und nun beginnt die Fahrt. Auf unbekannte Wege fahren wir so heute Tag. Pack deine Sachen ein und du bist mit dabei. Für ein paar Tage sind wir alle Vogel frei. Vogel frei! Auf großer Pfad! Auf großer Pfad! Es gibt keine Emot, keine Pflicht auf großer Pfad. Auf großer Pfad! Und eine Rückkehr gibt es dich! Und eine Rückkehr gibt es dich! Die Olysee beginnt, eine Reise ohne Ziel. Komm doch mit uns mit, dazu brauchst du nicht viel. Pack deine Sessel rein und du bist mit dabei. Für ein paar Tage sind wir alle Vogel frei. Auf großer Pfad! Auf großer Pfad! Auf großer Pfad! Es gibt keine Emot, keine Pflicht auf großer Pfad. Auf großer Pfad! Und eine Rückkehr gibt es dich! Und eine Rückkehr gibt es dich! Die Wege sind gesetzt und nun beginnt die Fahrt. Auf unbekannte Wege fahren wir so heute Tag. Auf hoher Pfad! Und eine Rückkehr gibt es dich! Und eine Rückkehr gibt es dich! Und eine Rückkehr gibt es dich! hat wirklich Spaß gemacht. Wir wollen uns der Tradition nicht verwehren und nominieren auch jetzt wieder drei weitere Vereine, die auch diese Pflicht zu erfüllen haben. Den Drachenboot-Club-Titan-Nix-EN aus Nero. Ich nominiere die Mannschaft von Wilhelm Schulden, inklusive Wilhelm, den eingetragenen Fanclub des FC Bayern München aus Rocholt. So, das war's. Sollte diese Einladung... Halt, 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 halt! Die Sanktion, die Sanktion! Sanktion gibt's auch. Bei Nichtbeachtung dieser Einladung und der Aufforderung, innerhalb von 48 Stunden, werden wir uns selber zum Grillen und Biertanken einladen. Bis dann, Leute! . . . . Untertitelung des ZDF, 2020